Sie hören »Nur einen Horizont entfernt« von Laurie Nelson Spielman, aus dem Amerikanischen von Andrea Fischer, gelesen von Eva Gosiewicz, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Jetzt hat sie also ein Buch geschrieben. Unfassbar. Die Frau ist auf dem besten Weg, ein Star zu werden. Eine Expertin für Vergebung. Ironie des Schicksals. Ich betrachte ihr Foto. Sie sieht immer noch süß aus mit ihrer Kurzhaarfrisur und der Stupsnase. Das Lächeln wirkt ehrlich. Ihr Blick ist nicht mehr so höhnisch wie früher. Dennoch. Allein schon ihr Bild lässt mein Herz rasen. Ich werfe die Zeitung auf den Couch-Tisch, nur um sie sofort wieder in die Hand zu nehmen. Mut zur Reue von Brian Moss. The Times Picayune. New Orleans. Kann eine Entschuldigung alte Wunden heilen oder bleiben manche Geheimnisse besser ungesagt? Glaubt man Fiona Knowles, 34, Rechtsanwältin aus Royal Oak, Michigan, ist die Wiedergutmachung vergangenen Leids ein unverzichtbarer Schritt zur Erlangung des inneren Friedens. Es braucht durchaus Mut, sich seine Reue einzugestehen, sagt Knowles. Den meisten von uns ist es unangenehm, sich verletzlich zu zeigen. Lieber verdrängen wir unsere Schuldgefühle und hoffen, dass niemand herausfindet, was wir verbergen. Es ist befreiend, sich seiner Reue zu stellen. Und Mrs. Knowles muss es wissen. Im Frühjahr 2013 machte sie die Probe aufs Exempel und verfasste 35 Entschuldigungen. Jedem Brief legte sie ein Beutelchen mit zwei Steinen bei, die sie Versöhnungssteine nannte. Sie bat den Empfänger um zwei scheinbar leichte Dinge. Ihr zu vergeben und selbst jemanden um Verzeihung zu bitten. Ich habe gemerkt, dass die Menschen sich geradezu nach einem Grund, einem Anlass sehnen, um sich zu entschuldigen, erklärt Knowles. Wie die Samen des Löwenzahns wurden die Versöhnungssteine vom Wind davongetragen und verbreiteten sich. Ob es nun am Wind liegt oder an Mrs. Knowles geschickter Nutzung der Social Media sei dahingestellt. Aber die Versöhnungssteine treffen offensichtlich einen Nerv. Schätzungsweise sind momentan fast 400.000 Steine im Umlauf. Am Donnerstag, dem 24. April, wird Mrs. Knowles bei Octavia Books über ihr neues Buch mit dem passenden Titel »Die Versöhnungssteine« sprechen. Als mein surrendes Handy mich erinnert, dass es Viertel vor fünf ist, Zeit zur Arbeit zu fahren, zucke ich zusammen. Mit zitternden Fingern stecke ich die Zeitung in die Tasche, greife zu Schlüsseln und Thermobecher und mache mich auf den Weg. Nachdem ich mir die abgrundtief schlechten Quoten der letzten Woche angesehen und die Infos zum Thema des Tages überflogen habe, die richtige Anwendung von Selbstbräuner, sitze ich drei Stunden später mit Wicklern im Haar und einem Plastikumhang über dem Kleid in meinem Büro. Beziehungsweise meiner Garderobe. Man sollte meinen, dass ich nach zehn Jahren vor der Kamera an die Maske gewöhnt bin. Aber geschminkt zu werden setzt voraus, dass ich ungeschminkt herkomme. Was für mich dasselbe ist, wie Badeanzüge unter Neonlicht vor Publikum zu präsentieren. Früher entschuldigte ich mich immer bei meiner Maskenbildnerin Jade für die Krater auf meiner Nase, auch bekannt als Poren, oder für die Ringe unter meinen Augen, die aussehen, als hätte ich mich tags zuvor in die erstbeste Schlägerei gestürzt. Während Jade an mir herumzaubert, gehe ich einen Stapel Post durch und zucke plötzlich zusammen. In der Mitte steckt ein Brief, von dem ich nur die obere rechte Ecke sehen kann, den großen, runden Poststempel von Chicago. Ach, Jackson, es reicht allmählich. Seit seiner letzten Kontaktaufnahme ist über ein Jahr vergangen. Wie oft muss ich ihm noch sagen, dass alles in Ordnung ist, dass ich ihm verziehen habe, die Sache ist abgehakt. Ich lege den Poststapel auf das Sims vor mir, schiebe die Briefe so zusammen, dass ich den Stempel nicht mehr sehen kann, und klappe meinen Laptop auf. Liebe Hannah, lese ich Jade eine E-Mail vor, um die Gedanken an Jackson Rousseau zu vertreiben. Mein Mann und ich schauen jeden Morgen ihre Sendung. Er findet sie umwerfend und meint, sie wären die neue Katie Couric. Aufgepasst, Mrs. Couric, mahnt Jade und betupft meinen unteren Lidrand mit einem Kajalstift. Genau, die neue Katie Couric nur ohne deren Millionen und die riesige Fangemeinde. Hübsche Töchter und einen perfekten Mann habe ich genauso wenig. Das kommt noch, du wirst schon sehen, sagt Jade mit so großer Überzeugung, dass ich ihr beinahe glaube. Sie verwischt den Eyeliner mit einem flachen Pinsel. Ich lese weiter. Ich persönlich halte Katie für überschätzt. Meine Lieblingsmoderatorin ist Hoda Codby. Das Mädel ist wirklich lustig. Autsch, sagt Jade. Das war eine Ohrfeige. Lachend lese ich weiter. Mein Mann meint, sie wären geschieden. Ich glaube, sie waren nie verheiratet. Wer hat recht? Ich lege die Finger auf die Tastatur. Liebe Mrs. Nixon, lese ich vor, während ich tippe. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich die Hannah Farr Show ansehen. Ich hoffe, Ihr Ehemann und Sie haben Spaß an den neuen Folgen. Und übrigens, Sie haben recht. Hoda ist wirklich witzig. Mit den besten Wünschen, Hannah. Hey, du hast Ihre Frage nicht beantwortet, meint Jade. Ich werfe ihr im Spiegel einen tadelnden Blick zu. Kopfschüttelnd greift sie zu einer Palette mit Lidschatten. Natürlich nicht. Ich war höflich. Bist du immer. Zu höflich, wenn du mich fragst. Na klar. Und jetzt kommt auch noch Claudia, oh Gott. Ich drehe mich um. Habe ich dir erzählt, dass Stuart überlegt, sie zu meiner Co-Moderatorin zu machen? Dann bin ich erledigt. Augen zu, befiehlt Jade und tupft Farbe auf meine Lieder. Die Frau ist erst seit sechs Wochen in der Stadt und schon beliebter als ich. Nie im Leben, widerspricht Jade. Die Stadt hat dich angenommen und in ihr Herz geschlossen. Aber das wird Claudia Campbell nicht davon abhalten, zu versuchen, dich vom Thron zu stoßen. Sei vorsichtig, Miss Claudia ist es gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen. Nie im Leben wird sich der neue Star von WNBC New York mit einem lausigen Job bei den Morgennachrichten zufrieden geben. Ich sag's ja nicht gerne, mein Sonnenschein, aber die Hannah-Fahr-Show ist nicht gerade oberste Liga. Jade zuckt mit den Schultern. Die beste Sendung in Louisiana, wenn du mich fragst. Aber Claudia steht in den Startlöchern. Denk an meine Worte. Wenn sie schon hier sein muss, gibt es nur eine Stelle, mit der sie sich zufrieden geben wird. Und das ist deine. Jades Handy klingelt. Sie spät aufs Display. Darf ich kurz drangehen? Ja, klar, sage ich. Dankbar für die Unterbrechung. Ich will nicht über Claudia sprechen, diese umwerfende Blondine, die mit 24 ein komplettes und entscheidendes Jahrzehnt jünger ist als ich. Warum muss ihr Verlobter ausgerechnet in New Orleans wohnen? Jades Stimme wird lauter. Ist das dein Ernst? fragt sie den Anrufer. Dad hat einen Termin im West Jefferson Memorial. Ich habe dich gestern noch dran erinnert. Sie spricht mit ihrem zukünftigen Ex-Mann Marcus, Vater ihres zwölfjährigen Sohnes oder Officer Arschloch, wie sie ihn inzwischen nennt. Ich klappe meinen Laptop zu und nehme den Poststapel von der Ablage, um Jade zu vermitteln, dass ich nicht lausche. Blättere durch den Stapel, suche nach dem Poststempel von Chicago. Ich finde den Umschlag und reiße ihn auf. Statt der Adresse von Jackson-Rousseau steht oben links in der Ecke WCHI News. Liebe Hannah, es war mir eine große Freude, Sie letzten Monat in Dallas kennenzulernen. Ihre Rede bei der Konferenz der Fernsehsender war wirklich fesselnd. Wie ich damals schon erwähnte, konzipiert WCHI eine neue Talkshow am Morgen, Good Morning Chicago. Wie bei der Hannah-Fahr-Show richtet sich die Sendung an Frauen. Neben gelegentlichen humoristischen und leichteren Beiträgen wird GMC auch anspruchsvolle Themen in Angriff nehmen. Unter anderem Politik, Literatur, Kunst und das Weltgeschehen. Wir sind auf der Suche nach einer Moderatorin und würden sehr gerne mit Ihnen über diese Aufgabe sprechen. Hätten Sie Interesse? Abgesehen von einem persönlichen Gespräch und einem Demotape, möchten wir Sie um ein Exposé für eine Sendung bitten. Mit herzlichen Grüßen, James Peters, Senior Vice President, WCHI Chicago. Wow! Er meinte es also ernst, als er mich bei der Konferenz der Fernseh- und Rundfunkanstalten beiseite nahm. Er hatte sich meine Show angesehen. Er wusste, dass meine Zuschauerzahlen schwinden, aber meinte, ich hätte unglaubliches Potenzial. Ich bräuchte nur das richtige Format. Bestimmt hatte er diese Sendung dabei schon im Hinterkopf. Und wie toll, dass Sie meine eigenen Ideen zu einer Sendung hören wollen. Stuart ist nicht gerade ein Fan von Eigeninitiative. Es gibt vier Themen, die die Leute morgens interessieren, behauptet er gerne. Prominente Sex, Abnehmen und Schönheit. Was würde ich darum geben, eine meinungsstärkere Sendung zu moderieren? Kurz beginne ich zu träumen. Dann werde ich wieder realistisch. Ich will keine Stelle in Chicago, 900 Meilen entfernt von hier. Ich bin zu stark an New Orleans gebunden. Ich liebe diese widersprüchliche Stadt, die alte Eleganz und den Dreck, den Jazz, das French Quarter und Gumbo mit Krabben. Wichtiger noch, ich liebe den Bürgermeister dieser Stadt. Selbst wenn ich mich in Chicago bewerben würde, was nicht der Fall ist, würde Michael nichts davon hören wollen. Seine Familie lebt in dritter Generation hier und er zieht gerade die vierte heran, seine Tochter Abby. Dennoch ist es schön, begehrt zu sein. Jade beendet ihr Telefongespräch, die Ada an ihrer Stirn tritt hervor. Dieser Vollidiot. Mein Vater darf den Termin im Krankenhaus auf keinen Fall verpassen. Markus hat mir versprochen, ihn hinzubringen. Wollte sich wieder so richtig einschleimen. Kein Problem, hat er letzte Woche gesagt. Ich hole ihn auf dem Weg zur Arbeit ab. Ich hätte es wissen sollen. Im Spiegel blitzen ihre dunklen Augen. Wann ist der Termin? Um neun. Markus behauptet, er käme nicht weg. Klar kommt er nicht weg. Der ist bestimmt an einen Bettpfosten gefesselt und macht mit seiner Schlampe Morgengymnastik. Ich schaue auf die Uhr. Zwanzig nach acht. Geh, sage ich. Ärzte sind nie pünktlich. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch. Jade sieht mich finster an. Ich kann nicht gehen. Ich bin noch nicht mit deinem Make-up fertig. Ich springe auf. Glaubst du, ich habe vergessen, wie man sich schminkt? Ich scheuche sie davon. Los, verschwinde. Aber Stuart, wenn er das herausfindet. Keine Sorge, ich passe schon auf. Du musst nur rechtzeitig zurück sein, um Sherry für die Abendnachrichten fertig zu machen. Sonst landen wir beide in der Hölle. Ich schiebe ihre zierliche Gestalt in Richtung Tür. Jetzt mach schon. Ich bin dir was schuldig, Annabelle. Bilde dir nicht ein, dass ich das vergesse. Und drück dein Vater von mir. Ich schließe die Tür und bin allein in meiner Garderobe. Noch 30 Minuten bis zur Pre-Show. Ich suche einen Kompaktpuder und pinsele mir bronzefarbenen Staub auf Stirn- und Nasenrücken. Ich löse die Verschlüsse meines Plastikumhangs und greife noch einmal zu dem Brief, um erneut Mr. Peters Worte zu lesen, während ich am Sofa vorbei zu meinem Schreibtisch ländere. Fraglos ist dieses Angebot eine fantastische Gelegenheit, besonders angesichts meiner momentanen Krise hier. Ich würde vom 53. zum drittgrößten Fernsehmarkt des Landes wechseln. Innerhalb weniger Jahre würde ich in den Kandidatenkreis für eine landesweit ausgestrahlte Sendung wie »Good Morning America« oder »The Today Show« aufrücken. Mit Sicherheit würde sich mein Gehalt vervierfachen. Ich setze mich an meinen Tisch. Offenbar sieht Mr. Peters dieselbe Hannah Farr wie alle anderen auch. Eine ehrgeizige Karrierefrau ohne Wurzeln und Anhang. Eine Opportunistin, die für mehr Geld oder einen größeren Auftrag fröhlich ihre Sachen packt und ans andere Ende des Landes zieht. Mein Blick fällt auf das Foto von meinem Vater und mir. Aufgenommen bei den Critics' Choice Awards 2012. Bei der Erinnerung an die aufwendige Veranstaltung beiße ich mir in die Wange. Die glasigen Augen und die rote Nase meines Vaters verraten, dass er bereits so viel getrunken hat. Ich trage ein silbernes Abendkleid und grinsebreit. Doch meine Augen wirken leer und stumpf, so wie ich mich an jenem Abend fühlte, als ich allein neben meinem Vater saß. Aber nicht, weil ich keine Auszeichnung bekommen hatte, sondern weil ich mir verloren vorkam. Die anderen Gäste saßen inmitten von Partnern, Kindern und nüchternen Eltern. Sie lachten und jubelten und bildeten später große Kreise auf der Tanzfläche. Ich wollte das, was sie hatten. Ich nehme ein anderes Foto in die Hand. Es zeigt Michael und mich letzten Sommer beim Segeln auf dem Lake Pontchartrain. Am Rand des Bilderrahmens sieht man Abbys blonde Haare. Sie saß mit dem Rücken zu mir rechts im Bug. Ich stelle die Aufnahme zurück auf den Tisch. Ich hoffe einfach, dass dort in ein paar Jahren ein anderes Foto steht. Eins von Michael und mir vor einem hübschen Haus mit einer lächelnden Abby und vielleicht sogar einem eigenen Kind. Ich lege Mr. Peters Brief in eine Aktenmappe mit der Aufschrift »Angebote«, in der ich schon rund ein Dutzend ähnlicher Schreiben verstaut habe, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe. Ich werde die übliche Antwort verfassen. Danke, aber leider kein Interesse. Michael braucht das gar nicht zu erfahren. Auch wenn das klischeehaft und vielleicht sogar rückständig klingt, ist ein angesehener Job in Chicago nichts im Vergleich zu einer eigenen Familie. Bloß, wann bekomme ich diese Familie? Am Anfang waren Michael und ich auf einer Wellenlänge. Innerhalb weniger Wochen sprachen wir von unserer gemeinsamen Zukunft. Stundenlang träumten wir miteinander. Wir überlegten uns Namen für unsere Kinder. Zachary, Emma oder Liam. Spekulierten, wie sie aussehen könnten und ob Abby lieber einen Bruder oder eine Schwester hätte. Das alles scheint inzwischen weit zurückzuliegen. Jetzt träumt Michael nur noch von seiner politischen Laufbahn. Jegliche Zukunftspläne wurden verschoben auf, wenn Abby mit der Schule fertig ist. Mir kommt ein Gedanke. Ob die Aussicht, mich verlieren zu können, Michael vielleicht Feuer unter dem Hintern machen würde? Ich nehme den Brief aus dem Ordner, male mir das Szenario aus. Das ist mehr als ein Stellenangebot. Es ist eine Gelegenheit, meinem Privatleben auf die Sprünge zu helfen. In einem Jahr macht Abby ihren Schulabschluss. Es ist an der Zeit, die Planungsphase einzuleuten. Ich greife nach meinem Handy, zum ersten Mal seit Wochen beschwingt. Ich wähle Michaels Nummer. Bürgermeister Payne? Seine Stimme klingt schwer, dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Heute ist Mittwoch. Grüße ich in der Hoffnung, dass die Erinnerung an unseren wöchentlichen gemeinsamen Abend ihn vielleicht aufmuntert. Seit Dezember geht Abby mittwochsabends babysitten, sodass Michael von seinen elterlichen Pflichten entbunden ist und wir einen Abend unter der Woche gemeinsam verbringen können. Hey, Süße. Er seufzt. Ist das ein verrückter Tag. An der Warren Easton High School ist heute ein Bürgerforum. Es werden Ideen zur Gewaltprävention an Schulen gesammelt. Bin gerade auf dem Weg dahin. Hoffe, dass ich um zwölf pünktlich für die Kundgebung zurück bin. Du kommst doch auch, oder? Er spricht von der Kundgebung von Into the Light, einer Organisation, die über Kindesmissbrauch aufklärt. Ich stütze die Ellenbogen auf den Tisch. Ich habe Marisa gesagt, dass ich diesmal nicht dabei sein kann. Zwölf Uhr ist zu knapp für mich. Habe ein furchtbar schlechtes Gewissen deswegen. Musst du nicht. Du tust schon so viel für sie. Ich kann selbst nur ganz kurz vorbeischauen. Habe den ganzen Nachmittag Besprechungen über den Anstieg der Armut. Ich nehme an, sie gehen bis in den Abend rein. Wäre es schlimm, wenn wir heute Abend absagen? Steigende Armut. Dagegen kann ich nicht argumentieren. Selbst wenn er heute Mittwoch ist. Wenn ich wirklich die Frau des Bürgermeisters werden will, gewöhne ich mich besser schon mal daran, dass er ein engagierter Mann ist. Das gehört schließlich zu den Eigenschaften, die ich an ihm liebe. Nein, schon gut. Aber du klingst müde. Versuch mal heute Nacht ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Mach ich. Michael senkt die Stimme. Auch wenn es mir lieber wäre, etwas anderes als Schlaf zu bekommen. Ich lächle. Stelle mir vor, wie ich in seinen Armen liege. Mir auch. Dann lasse ich dich jetzt in Ruhe, sagt er. Es sei denn, du wolltest noch etwas. Ich hole tief Luft. Ich wollte dich nur vorwarnen. Deine Freundin ist heiß begehrt, sage ich in einem fröhlichen Singsang. Ich hatte heute einen Liebesbrief in der Post. Wer ist der Konkurrent? Fragt er. Ich bringe ihn um. Lachend erzähle ich von James Peters Brief und der Aussicht auf eine Stelle in Chicago. Lege gerade so viel Begeisterung in meine Stimme, dass bei Michael hoffentlich die Alarmglocken klingeln. Das ist natürlich noch kein Jobangebot. Aber es hört sich an, als hätte man Interesse an mir. Die wollen ein Exposé für eine Themensendung. Cool, nicht? Das ist wirklich super. Glückwunsch, Superstar. Jetzt weiß ich wieder, dass du in einer ganz anderen Liga spielst als ich. Mein Herz macht einen kleinen Sprung. Danke. Hab mich riesig gefreut. Ich kneife die Augen zu und rede schnell weiter, bevor ich den Mut verliere. Die Pilotsendung ist im Herbst. Sie wollen eine schnelle Entscheidung. Das ist nur noch ein halbes Jahr. Beeil dich besser. Hast du schon einen Termin für das Gespräch vereinbart? Es verschlägt mir die Sprache. Ich lege die Hand auf die Brust und zwinge mich zu atmen. Zum Glück kann Michael mich nicht sehen. Ich … Nein, ich … Ich … Ich habe noch nicht geantwortet. Wenn wir es schaffen, begleite ich dich mit Abby. Machen wir doch einen Kurzurlaub draus. Ich war seit Jahren nicht mehr in Chicago. Sag etwas. Sag ihm, dass du enttäuscht bist. Dass du gehofft hast, er würde dich anflehen zu bleiben. Erinnere ihn, dass dein ehemaliger Verlobter in Chicago lebt, Herrgott nochmal. Es würde dich also nicht stören, wenn ich wegziehen würde? Na, es würde mir natürlich nicht gefallen. Fernbeziehungen sind so richtig übel. Aber wir würden es schon schaffen, meinst du nicht? Klar, pflichte ich bei. Denke aber an unsere jetzigen Verpflichtungen, die es uns sogar in derselben Stadt kaum erlauben, Zeit miteinander zu verbringen. Hör zu, sagt Michael. Ich muss mich beeilen. Ich rufe später nochmal zurück. Und Glückwunsch, Schatz. Ich bin stolz auf dich. Ich drücke auf die rote Taste und lasse mich auf den Stuhl sinken. Michael, ist es egal, ob ich gehe. Ich bin so bescheuert. Plötzlich ist mir alles klar. Er hat keine Hochzeit mehr auf dem Schirm. Und jetzt habe ich keine andere Wahl. Jetzt muss ich Mr. Peters meinen Lebenslauf und ein Sendungsexposé schicken. Sonst sieht es noch so aus, als hätte ich Michael manipulieren wollen. Mein Blick fällt auf die Times-Pickelion, die aus meiner Tasche lugt. Ich ziehe sie heraus und lese erneut mit finsterer Miene die Überschrift Mut zur Reue. Na klar, schick Versöhnungssteine herum und alles wird dir verziehen. Du machst dir etwas vor, Fiona Knowles. Ich lege die Stirn in Falten. Ich könnte das Jobangebot mit einem hingeschmierten Exposé sabotieren und Michael erzählen, ich sei nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Aber nein. Dafür besitze ich zu viel Stolz. Wenn Michael will, dass ich mich für den Job bewerbe, dann tue ich das auch verdammt nochmal. Und ich bewerbe mich nicht nur, ich werde den Job bekommen. Ich werde nach Chicago ziehen und einen Neuanfang wagen. Meine Sendung wird der Wahnsinn werden. Ich werde die neue Oprah Winfrey von Chicago. Ich lerne einen anderen Mann kennen, der Kinder liebt und sich binden will. Wie gefällt Ihnen das, Michael Payne? Aber zuerst muss ich dieses Exposé verfassen. Ich laufe in der Garderobe auf und ab und versuche, mir eine Idee für eine Wahnsinns-Sendung aus den Fingern zu saugen. Irgendetwas Nachdenklich Machendes, etwas Frisches, Aktuelles. Ein Thema, das mir diesen Job verschafft und Michael beeindruckt. Und ihn vielleicht dazu bringt, es sich anders zu überlegen. Wieder fällt mein Blick auf die Zeitung. Langsam glättet sich meine Stirn. Ja, das könnte klappen. Aber kann ich das durchziehen? Ich nehme die Zeitung aus der Tasche und reiße vorsichtig den Artikel über Fiona heraus. Tief durchatmend gehe ich zur Schreibtischschublade. Was mache ich hier bloß? Ich schaue auf die Schublade, als wäre sie die Büchse der Pandora. Schließlich öffne ich sie. Ich muss Stifte, Büroklammern und Post-its beiseite schieben, bis ich den Brief in der letzten Ecke entdecke, wo ich ihn vor zwei Jahren verstaut habe. Eine Entschuldigung von Fiona Knowles. Und ein Samtbeutelchen mit zwei Versöhnungssteinen. Ich ziehe das Beutelchen auf. Zwei stinknormale, kleine, runde Kieselsteine purzeln auf meinen Handteller. Ich streiche mit dem Finger darüber. Einer ist grau mit schwarzen Adern, der andere beige. Ich ertaste etwas Knisterndes in dem Samtstoff und ziehe ein wie ein Akkordeon gefaltetes Zettelchen heraus. Es gleicht dem Briefchen in einem Glückskeks. Ein Stein symbolisiert die Last des Zorns. Der andere steht für die Last der Reue. Beides kann dir genommen werden, wenn du bereit bist, dich davon zu trennen. Ich klappe das cremefarbene Briefpapier auf und lese noch einmal den Brief. Liebe Hannah, mein Name ist Fiona Knowles. Ich hoffe aufrichtig, dass sie das nicht gleich etwas sagt. Falls du dich erinnerst, dann nur, weil ich dich verletzt habe. Wir waren zusammen auf der Mittelschule, der Bloomfield Hills Academy. Du warst neu in der Klasse und ich habe dich als mein Opfer auserkoren. Ich habe dich nicht nur geärgert, sondern auch die anderen Mädchen gegen dich aufgehetzt. Einmal ging es so weit, dass du fast einen Schulverweis bekommen hättest. Ich habe Mrs. Maples erzählt, ich hätte gesehen, dass du die Antworten für die Geschichtsarbeit von ihrem Pult genommen hättest. Dabei habe ich das selbst getan. Wenn ich sage, dass ich mich schäme, kann das nicht auch nur ansatzweise meine Schuldgefühle ausdrücken. Als Erwachsener habe ich versucht zu begreifen, warum ich als Kind anderen Gemeinheiten zugefügt habe. Neid war der Hauptantrieb. Unsicherheit hat auch dazu gehört. Aber das ändert nichts daran, dass ich dich schikaniert habe. Ich will das nicht entschuldigen. Es tut mir aufrichtig und von ganzem Herzen leid. Es hat mich so gefreut zu sehen, dass du inzwischen großen Erfolg hast mit deiner eigenen Fernsehsendung in New Orleans. Vielleicht hast du mich, das gemeine Mädchen von damals längst vergessen, ich aber werde täglich von meinen Fehlern verfolgt. Tagsüber bin ich Anwältin, abends Schriftstellerin. Hin und wieder habe ich das große Glück, dass etwas von mir veröffentlicht wird. Ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder. Manchmal denke ich, die Einsamkeit ist meine Strafe. Falls du meine Entschuldigung annehmen kannst, möchte ich dich bitten, mir einen der zwei Steine, die ich beigelegt habe, zurückzuschicken. Damit würdest du sowohl die Last deines Zorns, als auch die Last meiner Reue von uns nehmen. Bitte schick den anderen Stein mit einem zweiten an jemanden, den du einmal verletzt hast, zusammen mit einer aufrichtigen Entschuldigung. Wenn der Stein zu dir zurückkommt, so wie ich es mir von meinem erhoffe, schließt sich der Kreis der Versöhnung. Wirf den Stein in einen See oder Fluss, vergrabe ihn im Garten oder lege ihn in ein Blumenbeet, egal was. Es symbolisiert, dass du dich endlich von deiner Schuld befreit hast. Ich hoffe sehr auf ein Zeichen von dir. Deine Fiona Knowles Ich lasse den Brief sinken. Selbst jetzt, zwei Jahre nachdem er in meinem Briefkasten lag, kommt mein Atem stoßweise. Wie viel hat dieses Mädchen damals kaputt gemacht? Wegen Fiona Knowles brach meine Familie in zwei. Wäre sie nicht gewesen, hätten sich meine Eltern vielleicht niemals scheiden lassen. Ich reibe mir die Schläfen. Ich muss das rational angehen, nicht emotional. Fiona Knowles ist inzwischen total angesagt und ich bin einer der 35 ursprünglichen Adressaten. Was habe ich da für eine Story direkt vor meiner Nase? Genau die Art von Idee, die Mr. Peters und seine Kollegen bei WCHI beeindrucken wird. Ich könnte vorschlagen, dass wir Fiona live senden. Sie und ich könnten gemeinsam unsere Geschichte von Schuld, Reue und Versöhnung erzählen. Das einzige Problem ist, ich habe ihr nicht verziehen. Habe es auch nicht vor. Ich beiße mir auf die Lippe. Muss ich das jetzt tun? Kann ich das möglicherweise überspielen? Schließlich erwartet die WCHI ja nur einen Vorschlag. Die Sendung musste nie gedreht werden. Nein. Ich mache das besser gründlich, nur für den Fall. Ich lege mir einen Bogen Briefpapier zurecht. Da klopft es an der Tür. Noch zehn Minuten bis zur Sendung, ruft Stuart. Komme sofort. Ich greife zu meinem Füller, ein Geschenk von Michael, als meine Sendung bei den Louisiana Broadcast Awards den zweiten Platz belegte, und schreibe schnell. Liebe Fiona, beiliegend findest du deinen Stein, das Symbol für die Last deiner Reue und den Verlust meines Zorns. Freundliche Grüße, Hannah Farr. Sicher, das ist halbherzig, aber besser als nichts. Ich stecke den Brief und einen der beiden Steine in einen Umschlag und klebe ihn zu. Auf dem Heimweg werde ich ihn in den Briefkasten werfen. Jetzt kann ich ehrlich behaupten, dass ich den Stein zurückgegeben habe. Ich ziehe das Kleid und die Pumps aus, um in Leggings und Ballerinas zu schlüpfen. Mit frischgebackenem Brot und einem Strauß dicker weißer Magnolien gehe ich zum Garden District, um meine Freundin Dorothy Rousseau zu besuchen. Bevor Dorothy vor vier Monaten ins Garden Home zog, war sie meine Nachbarin im Evangelion gewesen, einem sechsstöckigen Haus mit Eigentumswohnungen. Als die Makula der Generation Dorothy ihres Augenlichts und somit ihrer Unabhängigkeit beraubte, zog sie in das Pflegeheim Garden Home. Ich betrete das große Foyer und lasse das Gästebuch links liegen. Ich bin so oft hier, dass mich inzwischen jeder kennt. Ich begebe mich in den hinteren Teil des Hauses und entdecke Dorothy allein im Garten. Sie sitzt in einem Korbstuhl und hat altmodische Kopfhörer auf den Ohren. Ihr Kinn ruht auf der Brust, ihre Augen sind geschlossen. Sie erschrickt, als ich ihre Schulter berühre. Hallo Dorothy, ich bin's. Sie nimmt den Kopfhörer ab, stellt den CD-Player aus und erhebt sich. Dorothy ist groß und schlank. Sie trägt einen flotten weißen Bob, der einen schönen Kontrast zu ihrer olivbraunen Haut bildet. Auch wenn sie blind ist, schminkt sie sich jeden Tag. Um den Sehenden den furchtbaren Anblick zu ersparen, scherzt sie immer. Geschminkt oder ungeschminkt ist Dorothy eine der schönsten Frauen, die ich kenne. Hannah, Schätzchen. Ihr Südstaaten-Akzent ist weich und warm, wie Karamell. Sie tastet nach meinem Arm und als sie ihn findet, zieht sie mich an sich. Wie immer sticht es mir in der Brust. Ich atme den Geruch ihres Chanel-Parfums ein, ihre Hand reibt über meinen Rücken. Es ist die Begrüßung zwischen einer tochterlosen Mutter und einer mutterlosen Tochter. Ich bekomme nie genug davon. Sie schnuppert. Rieche ich Magnolien? Gutes Näschen, lobe ich und hole den Strauß aus meiner Tasche. Und ich habe ein frischgebackenes Zimtbrot mitgebracht. Sie klatscht in die Hände. Oh, lecker. Den Zimt habe ich auch gerochen. Du verwöhnst mich, Hannah Marie. Ich lächle. Hannah Marie. So würde mich vielleicht auch meine Mutter nennen. Dorothy legt den Kopf schräg. Was führt dich an einem Mittwoch zu mir? Musst du dich nicht schick machen für deine Verabredung heute Abend? Michael hat heute keine Zeit. Nicht? Dann setz dich hin und erzähl, was los ist. Ich lächle über ihre typische Aufforderung, es mir gemütlich zu machen und lasse mich auf die Ottomane ihr gegenüber sinken. Ich erzähle ihr von dem Brief aus Chicago und von Michaels begeisterter Reaktion. Mach niemanden zu deiner ersten Wahl, wenn du für ihn nur eine Möglichkeit bist, hat Maya Angelou einmal gesagt. Dorothy hebt entschuldigend die Schultern. Du findest natürlich, dass ich mich um meinen eigenen Kram kümmern soll. Nein, ich höre dir zu. Ich komme mir so dumm vor. Zwei Jahre habe ich damit verschwendet, zu glauben, dass er derjenige ist, den ich einmal heirate. Jetzt zweifle ich sogar daran, dass er es nur ansatzweise auf dem Schirm hat. Weißt du, erwidert Dorothy, ich habe vor langer Zeit gelernt, dass ich aussprechen muss, was ich haben will. Es ist nicht besonders romantisch, aber Männer können wirklich so ein dickes Brett vor dem Kopf haben, wenn es um Anspielungen geht. Hast du ihm gesagt, dass seine Reaktion dich enttäuscht hat? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich saß in der Falle. Deshalb habe ich eine E-Mail an Mr. Peters geschrieben und ihm mitgeteilt, dass ich Interesse habe. Was hatte ich schon für eine Wahl? Du hast immer eine Wahl, Hannah. Vergiss das nie. Verschiedene Möglichkeiten zu haben, verleiht uns große Macht. Gut, ich könnte Michael sagen, dass ich den Job meines Lebens sausen lasse, weil ich an der Hoffnung festhalte, dass wir eines Tages eine Familie sind. Die Möglichkeit würde mir allerdings Macht verleihen. Die Macht, Michael in die Flucht zu schlagen. Um die Stimmung ein wenig zu heben, beugt sich Dorothy vor. Bist du stolz auf mich? Ich habe meinen lieben Sohn noch gar nicht erwähnt. Ich lache. Bis jetzt. Auch ein Grund für Michael, sich cool zu geben. Die Vorstellung, dass du in dieselbe Stadt ziehst wie dein ehemaliger Verlobter, muss ihn furchtbar beunruhigen. Ich zucke mit den Schultern. Wenn ja, zeigt er es nicht. Er hat kein Wort von Jackson gesagt. Wirst du ihn treffen? Jackson? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich nehme den Samtbeutel mit den Steinen in die Hand, um das Thema zu wechseln. Es ist zu verfänglich, mit der Mutter meines fremdgehenden Ex-Verlobten über ihn zu sprechen. Sie hat uns damals aneinander vorgestellt, war der Ansicht, wir würden ein nettes Pärchen abgeben. Ich habe dir noch etwas mitgebracht. Ich lege ihr das Beutelchen in die Hände. Das sind sogenannte Versöhnungssteine. Hast du schon davon gehört? Ihr Gesicht erhält sich. Natürlich. Fiona Knowles hat sie erfunden. Sie war letzte Woche auf NPR. Wusstest du, dass sie ein Buch geschrieben hat? Irgendwann im April kommt sie hier nach New Orleans. Ja, habe ich gehört. Ich bin mit Fiona Knowles zur Mittelschule gegangen. Was du nicht sagst. Ich erzähle Dorothy von Fionas Entschuldigung und den Steinen, die ich bekommen habe. Oh, meine Güte. Du gehörst zu den ersten 35. Hast du mir nie erzählt? Mein Blick schweift über das Gelände. Ich wollte eigentlich nicht darauf antworten. Ich meine, kann ein Versöhnungsstein wirklich zwei Jahre Schikane in der Schule wieder gut machen? Dorothy sagt nichts. Wahrscheinlich hält sie es für möglich. Egal. Ich muss jedenfalls ein Exposé für WCHI verfassen. Dafür habe ich Fionas Geschichte ausgesucht. Sie ist momentan sehr gefragt. Und da ich zu den ursprünglichen Adressaten gehöre, bekommt das Ganze eine persönliche Note. Das ist die perfekte Geschichte mitten aus dem Leben. Dorothy nickt. Und deshalb hast du ihr den Stein zurückgeschickt. Ich senke den Blick auf meine Hände. Ja, gebe ich zu. Ich hatte Hintergedanken. So, nach Fionas Regeln soll ich den Kreis vollenden, indem ich einen zweiten Stein in den Beutel lege und ihn jemandem schicke, den ich verletzt habe. Ich hole den elfenbeinfarbenen Stein von Fiona heraus und lasse den anderen drin. Und genau das tue ich jetzt mit diesem Stein und meiner aufrichtigen Entschuldigung an dich. An mich? Wofür? Ja, an dich. Ich drücke Dorothy den Stein in die Hand. Ich weiß, wie gerne du im Evangelion gewohnt hast. Es tut mir leid, dass ich mich nicht besser um dich kümmern konnte, denn dann hättest du dort bleiben können. Vielleicht hätten wir einen Pfleger für dich einstellen können. Sei nicht albern, Schätzchen. Die Wohnung war viel zu klein für zwei Personen. Hier gefällt es mir gut, hier bin ich glücklich, das weißt du. Trotzdem möchte ich, dass du diesen Versöhnungsstein bekommst. Dorothy hebt den Kopf. Ihr blinder Blick fällt auf mich wie ein Scheinwerfer. Das ist eine faule Ausrede. Du suchst nur nach einer schnellen Möglichkeit, um den Kreis zu vollenden, damit du dein Exposé für WCHI verfassen kannst. Was stellst du dir vor? Fiona Knowles und ich zusammen am Set und gemeinsam bilden wir den perfekten Kreis der Versöhnung? Ertappt schaue ich sie an. Wäre das so schlimm? Ja, weil du die falsche Person gewählt hast. Sie tastet nach meiner Hand und gibt mir den Stein zurück. Ich kann diesen Stein nicht annehmen. Es gibt jemanden, der deine Vergebung viel mehr verdient hat. Ich schließe die Augen. Bitte, Dorothy, ich weiß, dass du denkst, ich hätte das Leben deines Sohnes zerstört, als ich unsere Verlobung gelöst habe. Aber wir können die Vergangenheit nicht immer wieder aufwärmen. Ich rede nicht von Jackson, sagt sie, jedes Wort mit Bedacht wählend. Ich spreche von deiner Mutter. Ich werfe den Stein in ihren Schoß, als würde schon die bloße Berührung brennen. Nein, dafür ist es zu spät. Manche Dinge lässt man besser ruhen. Ich kenne dich, seitdem du nach New Orleans gezogen bist, Hannah. Ein Mädchen mit großen Träumen und einem großen Herzen. Du hast immer viel von deinem Vater erzählt, der allein für dich gesorgt hat, seit du 13 warst. Aber von deiner Mutter hast du nur sehr wenig gesprochen. Erzählt hast du nur, dass sie ihren Freund dir vorgezogen hätte. Ich will nichts mit ihr zu tun haben. Mein Herz schlägt schneller. Es ärgert mich, dass die Frau, die ich seit über 15 Jahren weder gesehen noch gesprochen habe, immer noch so große Macht über mich hat. Die Last des Zorns, würde Fiona wohl sagen. Meine Mutter hat damals eine eindeutige Entscheidung getroffen. Kann sein. Aber ich habe schon lange das Gefühl, das Meer dahinter stecken muss. Sie tastet nach meiner Hand und legt den Stein wieder hinein. Du musst dich mit deiner Mutter versöhnen, Hannah. Es ist an der Zeit. Du verwechselst das. Ich habe Fiona Knowles vergeben. Mit dem zweiten Stein soll ich jemanden um Verzeihung bitten. Nicht selbst verzeihen. Dorothy zuckt mit den Schultern. Verzeihen oder um Vergebung bitten. Ich glaube nicht, dass man es mit diesen Versöhnungssteinen so genau nehmen soll. Das Ziel ist doch wohl, inneren Frieden zu finden, oder? Hör mal, Dorothy. Es tut mir leid, aber du kennst nicht die ganze Geschichte. Aber du ja vielleicht auch nicht, gibt sie zurück. Ich stache sie an. Wie kommst du darauf? Erinnerst du dich an das letzte Mal, als dein Vater hier war? Da habe ich noch im Evangelon gewohnt und ihr beiden war zum Essen da. Ja, weiß ich noch. Ich glaube, er wusste, dass er diese Welt verlassen würde. Bei ihrem Ton und dem fast mystischen Blick in ihren umwölkten Augen stellen sich die Härchen auf meinen Armen auf. Dein Vater und ich haben kurz allein miteinander gesprochen, als du mit Michael noch eine Flasche Wein holen warst. Wir hatten ein bisschen zu viel getrunken, das gebe ich zu. Aber ich glaube, dass er diese Geschichte loswerden wollte. Mein Herz klopft laut. Was hat er denn gesagt? Dass deine Mutter dir immer noch Briefe schreiben würde. Ich bekomme kaum Luft. Briefe? Von meiner Mutter? Nein. Das lag dann wohl wirklich am Alkohol. Sie hat mir seit fast zwanzig Jahren keinen Brief mehr geschrieben. Bist du dir sicher? Ich habe es so verstanden, als hätte deine Mutter jahrelang versucht, dich zu erreichen. Das hätte er mir erzählt. Nein. Meine Mutter will nichts mit mir zu tun haben. Aber du hast selbst gesagt, dass du diejenige warst, die den Kontakt abgebrochen hat. Eine Erinnerung an meinen sechzehnten Geburtstag steht mir plötzlich vor Augen. Mein Vater sitzt mir gegenüber im Restaurant. Ich sehe ihn grinsen, breit und arglos, sehe, wie er die Ellenbogen auf das weiße Tischtuch stützt, um sich vorzubeugen und zu beobachten, wie ich mein Geschenk auspacke. Einen Kettenanhänger aus einem Diamanten und einem Saphir. Viel zu ausgefallen für einen Teenager. Die Edelsteine stammen aus Susannes Ring, erklärt er. Ich habe sie für dich neu fassen lassen. Ich starre auf die riesigen Juwelen und sehe plötzlich alles vor mir. Der Tag seines Auszugs, wie er mit seinen großen Händen das Schmuckkästchen meiner Mutter durchwühlte und behauptete, der Ring gehöre rechtmäßig ihm und damit auch mir. Danke, Daddy, zwinge ich mich zu sagen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Er nimmt meine Hand und zwinkert mir zu. Du musst sie nie wieder sehen, Spätzchen. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass er von meiner Mutter spricht. Du bist jetzt alt genug, um selbst zu entscheiden. Der Richter hat das in der Sorgerechtsvereinbarung ausdrücklich erwähnt. In seinem Gesicht steht pure Freude, als wäre sein zweites Geschenk das große Ding. Mit offenem Mund sehe ich ihn an. Also gar keinen Kontakt mehr? Nie wieder? Hängt von dir ab. Deine Mutter ist einverstanden. Ach, wahrscheinlich ist sie genauso froh wie du, die unangenehme Pflicht los zu sein. Ich setze ein zögerndes Lächeln auf. Gut, dann ist es wohl so, wenn du, wenn sie das so will. Ich schüttle die Erinnerung ab und wende mich an Dorothy. Ich war damals erst 16. Sie hätte darauf bestehen sollen, Kontakt zu halten. Sie hätte um mich kämpfen müssen. Sie war meine Mutter. Meine Stimme bricht. Ich muss kurz innehalten, bevor ich weitersprechen kann. Mein Vater rief bei ihr an. Es kam mir vor, als hätte sie nur auf diese Entscheidung von mir gewartet. Als Dad aus seinem Arbeitszimmer kam, hat er nur gesagt, es ist vorbei, Spätzchen, du bist aus dem Schneider. Ich habe einen Kloß im Hals, versuche zu schlucken, ausnahmsweise froh, dass Dorothy mich nicht sehen kann. Zwei Jahre später kam sie zur Abschlussfeier der Highschool und behauptete, sie wäre so stolz auf mich. Da war ich 18 und so verletzt, dass ich kaum mit ihr sprechen konnte. Was erwartete sie auch nach zwei Jahren ohne Kontakt? Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Hanna, ich weiß, dass dein Vater dir unheimlich viel bedeutet hat, aber … Sie hält inne, als suchte sie nach den passenden Worten. Ist es möglich, dass er dich von deiner Mutter ferngehalten hat? Natürlich. Er wollte mich schützen. Sie hat mir so oft wehgetan. Das ist deine Geschichte. Deine Wahrheit. Du glaubst daran, das verstehe ich, aber das heißt trotzdem nicht, dass es die einzige Wahrheit ist. Obwohl Dorothy Rousseau blind ist, könnte ich schwören, dass sie mir bis tief in die Seele blicken kann. Ich wische mir die Augen trocken. Ich will nicht darüber reden. Ich stehe auf, die Beine der Ottomane kratzen über den Betonboden. Setz dich, befiehlt sie. Ihre Stimme ist streng. Ich gehorche. Agatha Christie sagte einmal, dass es in jedem von uns eine Falltür gibt. Sie tastet nach meinem Arm und drückt ihn. Ihre spröden Nägel graben sich in meine Haut. Hinter dieser Tür sind unsere dunkelsten Geheimnisse verborgen. Wir lassen sie immer fest verschlossen, versuchen verzweifelt uns vorzumachen, dass diese Geheimnisse nicht existieren. Die Glücklichen glauben es vielleicht tatsächlich irgendwann, aber ich befürchte, dass du, meine Liebe, nicht zu den Glücklichen gehörst. Sie befühlt meine Hände und nimmt mir den Stein wieder ab, legt ihn zurück in das Samtbeutelchen und zieht die Schnüre zu. Mit ausgestreckten Händen sucht sie umher, bis sie meine Tasche findet, in die sie das Beutelchen stopft. Du wirst nie eine Zukunft haben, wenn du dich nicht mit der Vergangenheit versöhnst. Geh, mach deinen Frieden mit deiner Mutter. Barfuß stehe ich vor meiner Kücheninsel aus Granit. Es ist kurz vor drei am Samstag, um sechs kommt Michael. Ich lege das Backen zeitlich gerne so, dass meine Wohnung vom Duft frisch gebackenen Brots erfüllt ist, wenn Michael eintrifft. Mein durchschaubarer Versuch, ihn mit Hausfrauentätigkeiten zu verführen. Aber heute Abend brauche ich alle Unterstützung, die ich bekommen kann. Ich habe beschlossen, auf Dorothys Rat zu hören und Michael ins Gesicht zu sagen, dass ich New Orleans beziehungsweise ihn nicht verlassen will. Schon bei dem Gedanken daran habe ich Herzklopfen. Ich nehme die klebrige Teigkugel aus der Rührschüssel und lege sie auf das bemehlte Schneidebrett. Mit den Handballen knete ich den Teig, schiebe ihn von mir, drücke ihn wieder zusammen. Für mich ist das Kneten beruhigend, dieses monotone Quetschen und Drücken des Teigs, die kaum sichtbare chemische Reaktion, wenn Mehl, Wasser und Hefe sich zu einem seidigen, zähflüssigen Gemenge verbinden. Meine Mutter erzählte mir, das Wort Lady sei aus dem mittelalterlichen Wort für Brot Leib entstanden. Wie bei mir war Backen auch ihre Leidenschaft. Seitdem Dorothy mir vor drei Tagen auftrug, Frieden mit meiner Mutter zu schließen, muss ich unablässig an sie denken. Kann es sein, dass sie wirklich versucht hat, mich zu erreichen? Es gibt nur einen Menschen, der das wissen kann. Ohne weiter zu überlegen, wasche ich meine Hände und greife zum Handy. Es ist ein Uhr in Kalifornien. Das Telefon klingelt. Ich stelle mir Julia draußen auf der Veranda vor, wo sie einen Liebesroman liest oder sich vielleicht die Fingernägel lackiert. Hannah Banana, wie geht es dir? Die Freude in ihrer Stimme weckt meine Schuldgefühle. Im ersten Monat nach dem Tod meines Vaters rief ich Julia täglich an. Doch schnell meldete ich mich nur noch einmal wöchentlich, dann einmal im Monat. Weihnachten habe ich zum letzten Mal mit ihr gesprochen. Ich komme ihren Fragen nach Michael und meinem Job zuvor. Alles super, sage ich. Und, wie geht's dir? Der Salon schickt mich zu einer Fortbildung nach Vegas. Momentan dreht sich alles um Haarteile und Extensions. Musst du auch mal ausprobieren, ist wirklich praktisch. Ja, vielleicht, sage ich und komme dann zur Sache. Julia, eine Freundin hat mir etwas erzählt, das ich einfach nicht vergessen kann. Was denn? Sie, ich ziehe an einer Locke, sie glaubt, dass meine Mutter Kontakt zu mir aufnehmen wollte, dass sie mir einen Brief geschickt hat, vielleicht sogar mehrere, aber ich weiß nicht wann. Ich halte inne, besorgt, dass das, was ich sage, vorwurfsvoll klingt. Sie meint, Dad hat davon gewusst. Keine Ahnung, ich habe schon ein Dutzend Müllsäcke weggebracht, der Mann hat wirklich nichts weggeworfen. Sie lacht liebevoll, es bricht mir das Herz. Hast du nie einen Brief oder etwas anderes von meiner Mutter gefunden? Ich weiß, dass sie unsere Adresse hier in L.A. hatte, hin und wieder schickte sie ihm Steuer Unterlagen oder so, aber nichts für dich, Henna, tut mir leid. Ich nicke, bringe kein Wort heraus. Bis jetzt war mir nicht klar, wie sehr ich auf eine andere Antwort gehofft habe. Dein Vater hat dich geliebt, Henna, trotz all seiner Fehler hat er dich sehr geliebt. Das weiß ich. Warum bloß reicht mir das nicht? Am Abend mache ich mich besonders sorgfältig zurecht. Nachdem ich in meinem Lieblingsbadeöl von Joe Malone gebadet habe, stehe ich in einem apricotfarbenen Spitzen-BH und passendem Slip vor dem Spiegel und glätte mir die Haare. Von Natur aus habe ich schulterlange Locken, aber Michael mag meine Haare lieber glatt. Ich biege die Wimpern mit der Zange, trage Mascara auf, verstaue die Schminksachen in meiner Tasche. Vorsichtig, um es nicht zu zerknittern, schlüpfe ich in ein kurzes kupferfarbenes Etui-Kleid, das ich nur für Michael gekauft habe. In letzter Minute hole ich mein Geburtstagsgeschenk zum Sechzehnten hervor, die Kette mit dem Diamanten und dem Saphir. Die Edelsteine, die aus dem Verlobungsring meiner Mutter gerissen wurden, funkeln mich fragend an, als könnten auch sie sich immer noch nicht an die neue Fassung gewöhnen. Die ganzen Jahre habe ich die Kette im Kästchen gelassen, hatte weder den Wunsch noch den Mut, sie zu tragen. Als ich die Kette in meinem Nacken schließe, überfällt mich Traurigkeit. Mein lieber Vater, er hatte keine Ahnung, ihm war nicht klar, dass sein Geschenk für mich ein Symbol der Zerstörung und des Verlustes war, nicht das von ihm beabsichtigte Präsent zum Übergang ins Erwachsenen Alter. Um 18.37 Uhr betritt Michael meine Wohnung. Hey, meine Schöne, sagt er, Ohne seine Jacke auszuziehen, nimmt er mich in seine Arme und trägt mich ins Schlafzimmer. Mein Kleid schiebt sich hoch. Pfeif auf die Falten. Mit einem Schreck fährt Michael hoch, die Augen weit aufgerissen, das Harz hat saust. Wie spät ist es? fragt er und sucht blinzelnd seine Uhr. 20 vor 8. Erwidere ich und streiche über seine glatte Brust. Du warst müde. Er springt auf, sucht hektisch nach seinem Handy. Herr, ich habe Abby gesagt, wir würden sie um 8 Uhr abholen. Wir müssen los. Abby kommt mit? frage ich und hoffe, dass man meine Enttäuschung nicht hört. Yep. Er hebt sein Hemd vom Boden auf. Sie hat eine Verabredung abgesagt, um mit uns essen gehen zu können. Ich steige aus dem Bett. Ich Chicago sprechen und diesmal werde ich mich nicht zurück halten. Während ich in meine Unterwäsche schlüpfe, rufe ich mir in Erinnerung, dass Michael ein alleinerziehender Vater ist und zwar ein sehr guter. Ich habe eine Idee, sage ich, während er eine SMS an Abby schreibt. Geh du heute allein mit Abby aus, nur ihr zwei. Vielleicht können wir uns dann morgen sehen. Er wirkt getroffen. Nein, bitte, ich möchte, dass du dabei bist. Aber Abby, wende ich ein, möchte bestimmt mal mit dir allein sein. Außerdem brauche ich Zeit, um mit dir unter vier Augen zu sprechen. Wegen dieses Jobs in Chicago, von dem ich schon erzählt habe. Das könnten wir morgen machen. Ich möchte diesen Abend gerne mit den beiden Frauen in meinem Leben verbringen. Michael kommt zu mir und streift meinen Hals mit seinen Lippen. Ich liebe dich, Hannah, und je besser Abby dich kennenlernt, desto mehr wird sie dich mögen. Sie muss uns zu dritt erleben, als Familie, findest du nicht? Ich knicke ein. Schließlich denkt er an unsere Zukunft, und genau das wünsche ich mir ja die ganze Zeit. Wir fahren auf der St. Charles nach Osten und erreichen sein Haus in Carrollton mit zehn Minuten Verspätung. Als ich Michael auf einer Auktion für Into the Light kennenlernte, erfuhr ich noch am selben Abend, dass er eine Tochter hat. Mich beeindruckte das. Er zog sein Kind allein auf, so wie mein Vater. Als wir begannen, zusammen auszugehen, sah ich in Abby nie etwas anderes als einen positiven Faktor. Ich mag Kinder. Sie war ein Erwidert sie und kramt in ihrer pinkfarbenen Kate Spade Tasche nach ihrem Handy. Michael fährt zur Chepatula Street, ich versuche, mich mit Abby zu unterhalten. Doch wie immer antwortet sie nur einsilbig und weicht meinem Blick aus. Wenn sie etwas sagen will, richtet sie sich ausdrücklich an ihren Vater und beginnt jeden Satz mit Dad, als würden ihre nonverbalen Signale mir nicht schon erfolgreich vermitteln, dass ich nur Luft für sie bin. Wir fahren zu Broussards Restaurant im French Quarter, Abbys Wahl, wo uns eine gärtenschlanke Brünette zum Tisch führt. Vorbei an flackernden Gaslaternen durchqueren wir den Hof zum kerzenbeleuchteten Speisesaal. Ein gut gekleidetes älteres Ehepaar sieht mich an, als ich an seinem Tisch vorbeigehe. Ich lächle den beiden zu. Ich bin so ein großer Fan von Ihnen, Hannah, sagt die Frau und greift nach meinem Arm. Sie bringen mich jeden Morgen zum Lächeln. Oh, danke, erwidre ich und tätschle ihre Hand. Sie glauben gar nicht, wie sehr mich das freut. Wir drei nehmen Platz und Abby dreht sich zu Michael um. Muss das nerven, sagt sie. Du bist ständig unterwegs, um die Stadt zu retten und sie bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Die Leute sind so dämlich. Ich warte darauf, dass Michael mich verteidigt, doch er schmunzelt nur. Das ist der Preis dafür, wenn man mit dem Liebling von ganz New Orleans zusammen ist. Unter dem Tisch drückt er mein Knie. Lass sie, rede ich mir ein. Sie ist noch ein Kind, nicht anders, als du damals eine Erinnerung drängt sich in mein Bewusstsein. Ich bin in Harbor Cove. Bob hält bei Tasty Freeze, meine Mutter sitzt auf dem Beifahrerplatz. Ich habe mich auf die Rückbank gefläzt, kaue an meinem Daumennagel herum. Über die Schulter sieht sich Bob zu mir um, sein dämliches Grinsen im Gesicht. Lust auf ein Eis mit Karamellsoße, Schwester, oder lieber ein Bananasplett? Ich verschränke die Arme vor dem Bauch, damit man meinen Magen nicht knurren hört. Hab keinen Hunger. Ich schließe die Augen und versuche, die Szene zu verdrängen. Dorothy und ihre verfluchten Steine. Stattdessen studiere ich die Speisekarte, suche bei den Vorspeisen nach einem Gericht, das weniger als mein Kleid kostet. Kurz darauf kehrt der Kellner mit der von Michael bestellten Weinflasche zurück die Herrschaften eine Vorspeise? fragt er. Hm, mal sehen, sagt Michael und studiert die Speisekarte. Abby übernimmt die Regie. Wir nehmen die Foie Gras aus dem Hudson Valley, das Carpaccio vom Angus Rind und die Jakobs Muscheln von der Georges Bank und bringen sie uns bitte eine Pastete mit Chanterelle Pilzen. Sie sieht ihren Vater an. Die Pilze hier wirst du lieben, Dad. Der Kellner entfernt sich. Ich lege die Speisekarte beiseite. Und Abby? Da du jetzt den Hochschulzugangstest bestanden hast, hast du schon mal überlegt, wo du studieren willst? Sie greift zu ihrem Handy und schaut nach neuen Nachrichten. Nicht so richtig. Michael lächelt. Auburn, Tulane und USC sind in der engeren Auswahl. Endlich etwas Gemeinsames. USC? Da bin ich auch gewesen. Kalifornien gefällt dir bestimmt sehr, Abby. Wenn du irgendwas wissen willst, frag mich einfach. Ich schreibe dir auch gerne eine Empfehlung. Michael hebt die Augenbrauen. Das Angebot könntest du vielleicht ausnutzen, Apps. Hannah ist ein Star unter den ehemaligen. Ach Michael, das ist doch Blödsinn. Es ist Blödsinn, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt. Abby schüttelt den Kopf, den Blick weiterhin aufs dabei. Ich suche etwas Anspruchsvolleres. Aha, sage ich. Natürlich. Ich greife zur Speisekarte und verberge mein Gesicht dahinter. Als ich merke, dass sich Schweigen im Restaurant ausbreitet, schaue ich auf. Michael und Abby sehen hinüber zur anderen Seite. Ich drehe mich um. Neben einem Ecktisch ungefähr zehn Meter entfernt fällt ein Mann auf die Knie. Eine brünette Frau sitzt vor ihm, schlägt die Hand vor den Mund. Mit zitternden Händen reicht er ihr ein kleines Kästchen. Bitte heirate mich, Catherine Bennet. Er schaut voller Liebe zu ihr auf. Seine Stimme ist ganz belegt. Meine Nase beginnt zu kribbeln. Sei nicht so weinerlich, ermahne ich mich. Die Frau stößt einen Jubelschrei aus und wirft sich in die Arme ihres Verlobten. Das ganze Lache wische meine Tränen fort. Über den Tisch hinweg spüre ich Abbys Blick und drehe mich zu ihr um. Sie verzieht die Lippen, aber lächelt mich nicht an, sondern wirft mir einen verächtlichen höhnischen Blick zu. Kein Zweifel, diese 17-Jährige verspottet mich. Wir müssen etwas besprechen, Michael. Er hat uns beiden einen Sazerac gemixt. Wir sitzen auf meiner weißen Couch. Der flackernde Kamin verbreitet ein warmes Licht und ich frage mich, ob Michael das beschauliche Ambiente ebenso falsch erscheint wie mir. Michael schwenkt sein Glas und schüttelt den Kopf. Sie ist doch noch ein Kähntänner. Versetz dich mal in ihre Lage. Es ist schwer, den Vater mit einer anderen Frau zu teilen. Versuch doch bitte, das zu verstehen. Es geht nicht um Abby, sage ich, sondern um uns. Ich habe mein Exposé an WCHI geschickt und James Peters geschrieben, dass ich mich für die Stelle interessiere. Ich beobachte Michael, hoffe auf ein Aufflackern von Angst, eine gewisse Enttäuschung. Stattdessen wird er richtig munter. Hey, das ist ja super. Sein Arm liegt auf der Couchlehne, er drückt meine Schulter. Ich stehe hundertprozentig hinter dir. Mein Magen verkrampft. Ich nestele an meiner Kette herum. Weißt du, das ist es ja gerade. Ich will deine Unterstützung gar nicht. Ich würde 900 Meilen weit vorziehen, Michael. Ich möchte, dass du… Ich rufe mir Dorothys Worte in Erinnerung. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass ich aussprechen muss, was ich haben will. Ich sehe ihm ins Gesicht. du mich bittest zu bleiben.